Ich werde mal auf die Zone achten, wenn es geht. Ich bin auch auf dem Lipp. Sind drinnen. Ich glaube, das geht auf Millibase. Nee, das geht unten an die Küste. Auf der anderen Seite meinst du? Ja, unten rechts an die Küste und nach oben. Ich sag, das geht hier rechts unten auf unsere. Weiß ich ja. Na ja, gut. Für mich ist die ganze Insel Millibase. Guter Einfall, Strommelmann. Ja! Ich muss eben aufpassen, dass sie nirgends jetzt runterfallen. Oh, 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 oh. Und vorbei, alle tot, Leute. So, wo ist denn ein gescheiter Eingang, wisst ihr das? Irgends ist ja überall offen, oder? Ne, ich glaube, da passt das Auto nicht durch. Würde ich hier sowieso nicht mehr rumfahren. Ist soweit weg von der Maraffen, Alter. Ist soweit weg von der Maraffen, Alter. Passt nicht durch. Probiert habe ich es. Weiß ich gar nicht, sind sie auch teilweise mal oben lang dran, ob da auch Blut rumliegt, ey. Was? Ich lauf da gleich in die... Ich weiß nur, in der Flight ist Unmengen an Zeug drin. Oh, erste Hilfe passt. Ne Weste. Und ne Waffe, Alter. Splittergranate. 90 Schuss. Ein Hacker. Rucksack. Hier liegt noch ein Rucksack bei mir. Zwei. Zwei. Weiß ich nicht. Weiß schon. Also du hast in Stufe 2 gefunden. Hier liegen zwei Sky Ls rum. Mit ordentlich Money. Ja. War gut, Alter. Ja, Mann. Und betreiben. Ich habe hier eine Stufe 2 Rucksack rumliegen. Hole ich gleich. Und Stufe 2 Helm. Warte, ich werde jetzt abschicken. Oh, Stufe 2 Helm habe ich. Ah, ist der K98. Wo zieht ihr denn noch die SKL Munition hier? Ah. Oder ne. Dann nehme ich mit und. Ne mit, ja. Einfach alles zusammen looten. Wir müssen nämlich dann auch zeitig weg. Wir können dann nachher auch noch aufteilen. Bei mir läuft einer. Bei mir läuft einer. Bei mir auch. Was? Bei mir ist einer. Bei mir oben drinnen ist einer. Lebst du noch? Ich habe zwei Mann. Bei mir ist immer noch einer. Alter, der hat zwei Mann gedaunt. Wir sollten mal zu ihm rüber rennen, oder? Also auf jeden Fall muss da noch jemand leben. Ich habe nur ein Rifle. Ich habe nichts anderes, Alter. Ja, ich komme langsam zu dir. Wo bist denn du? Bist du da in diesem halbleeren Haus? In den Baracken, weiß ich. Und wo sind die? Einer ist oben auf dem Dach bei mir. Auf dem linken. Ja, ich sehe ihn. Alter, mit dem Kim und Korn. Da ist der Treppe unter. Ja, ich habe eine Kim und Korn mit dem Treppe. Einen Scheißdreck. Kommst du, Kalle? Ich weiß noch nicht. Die hier eventuell auch noch sind. Alter. Ne, das wird das gleiche Team sein. Auf jeden Fall der Hit gekriegt gerade von mir. Ich renne rüber zu dir. Wo? Auf dem Dach noch? Ne, unten an der Treppe. Er ist runtergelaufen. Linke Haushalte an der Treppe war er. Ich weiß nicht, ob der da mal noch ist, ey. Ne, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin jetzt auch da. Ich sehe keinen. Da, ist bei mir auf dem Dach. Ist er auf dem Dach. Du hast gefressen, Digga. Ach, shit. Ja, Happen. Oh, nice, Kalle, Alter. Gehst du ihn holen? Ja. Gib du Deckung. Ja, Mann. Der hatte einen Schrotz und hat mich aus der Entfernung getroffen, ja. Ich habe den dann übelst gegeben mit dem Rifle. Bleib, bleib, bleib. Gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr Gegner? Hebe die auf. Also der ist doch sofort umgefallen. Alter. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich bewege mich doch gar nicht, Alter. Doch, du bewegst ihn bei mir weg. Nein, ich bewege mich doch nicht. Alter. Boah. Scheiß. Leck. Echt. Du bist weggekrabbelt von mir. Das Geil ist es. Wir sind kaputt mit dir, Mann. So, das Beste, was einem passiert. Oh, 8-fach Sucher. Oh, ich habe einen Rifle. Den habe ich gut getroffen. Ich habe auch einen Rifle, oder? So ist es ja nicht. Ich traufe, wer hier liegt. Ne, nimm ruhig. Ey, wenn du es nehmen willst, dann nimm. Ne, ne, ne. Ich brauche nur ein anderes Visier. Liegt am Boden. Oh ja. Ich habe da auch einen Rifle, aber scheiß drauf. Ist da eine Tür für den zweiten Stock? So, was sind wir eigentlich in der Zone? Habe ich noch gar nicht geschaut. Oh. Dann können wir weiter looten. Geil. Wir sollten rüber zur Flight laufen. Da liegt wirklich Unmengen an Shit drin, nochmal. Flight? Ja. Was ist die Flight? Ja, das ist dieses Tower in Armour. Achso. Er ist da drüben. Oh, Treppen runterlaufen funktioniert ja auch meistens nicht so gut, ne? Er springt ja, aber fliegt meistens. Naja. So. Oh, hier gibt es ja Unmengen an Shit. Wer ist da eine verdammtige Kräfte, Alter? So, ich bringe ein paar 7-6er mit, ne? Ja, Mann. So, ich hab Glück. Kannst du hier auch eine Skale von da drüben holen? Ist ja in Garage. Ähm. Boot? Boot oder Auto aus Nordosten? Ja. Bleib nach. Ein Buggy. Ein Buggy, ja. Seh ihn nicht. Also, dann hau ich jetzt meinen Karabiner weg, ja? Ich seh ihn, ich seh ihn. Der wird auch verfolgt. So, bitte gib mir jetzt irgendein Visier da, in dem Loch. Bin ich getroffen? Na, sag mal. Der ist links vor dir, gerade unten. Direkt ins andere. Ah, hab gesehen, kurz. Tappen, ausgenockt. Ja. Ich hab Tiere. Ausgenockt, das heißt, da ist noch einer. Aha. Er ist hier vorne ins Gebäuderand. Also links an der Ecke war er Lacker. Das ist aber noch einer, das ist noch ein Sieb. Also noch ein Buggy. Da müssen ja mindestens noch zwei sein, ne? Warte, was hier Verbände oben liegen. Jawoll, zwei Visiere. Gott, danke. Wir kam gerade raus. Sonst zwar nix, aber passt's. Soll ich wieder zu euch kommen, oder? Ich bin wieder zurück, Donner. Ja. Ich muss mich heilen. Wie, ich hab keine Verbände? Ich auch nicht. Ich hab fünf Arztkoffer, aber keine Verbände. Soll ich nie für ein Visier? Rotpunkt. Ich komm wieder zu euch. Was genau so? Er kriegt eine 7-62er in den Schädel. Ausgenockt. Ja man, das meine ich. Das darf nicht passieren. Da läuft er wieder. Alter, stirbt doch einfach. Nein. Heute wird nicht gestorben. Wo läuft er denn gerade? Er ist gedowned. So, na, ich lauf unter dir. Nicht wundern. So, na. Was ist das? Dann haben wir noch eine AK. AK wäre das Beste eigentlich bei dir, wa? Ja. Würde ich gegen meine M16 A4 tauschen. Ich komm jetzt aus Süden. Äh, wer ist ein Auto? Wuh! An der Wand. Da wo der andere rauskommt, ist jetzt der Nächste. Der Nächste. Einen hat er. Einen hat er. Ich bin unten drin. Und ein Auto hält. Auto hält Osten. Ah. Der eine ist halt weglaufen. Mal wie lange. Jetzt habe ich den einen. Den einen habe ich. Ja. Dann läuft der andere. Gradzahl? Zwei Kills. Nein. Gradzahl? Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. 2 Liter habe ich. Der ist auch in seinem Tod. Also der letzte vom Team. Okay. So, na. Versuch mal reinzukommen. Ich bin in der zweiten Etage. Ah. So, na. Verbände schaut bei euch immer noch Mauer aus. Ja. Arztkoffer. Wie viel Koffer habt ihr? Einen. Ich guck gleich mal. Hört, ich kann hier droppen. Na, da mal. Dann die Waffe. Ich dropp mal zwei Stück. Hier hinten drin. Hier hinten. Ist richtig hier ordentlich drin. Hier liegen zwei Arztkoffer. Und eins. Und hier sind noch mal 75 Schuss. Ach. Das habt ihr hier alle schon gelootet? So ziemlich, ja. Unten auch? Unten habe ich angefangen, ja. Nach Kardemonie für den AC Linklum? Ist du bei mir, ja. Ähm. Falls irgendwer ein Verband hat. Oder übrig hat. Kann er mir gerne droppen. Gar kein Verband, ey. Wer denn hast du Koffer? Ich habe eine Tasche. Da liegt noch. Eine Tasche und fünf Verband habe ich. Warte, ich gebe dir dann nochmal einen Koffer raus. Oh Gott, der war ja wieder mal sehr produktiv. Aber angesagt habe ich gut. Boah, wie ich die Beine mit der AK weggezogen habe. Ich habe mich schübel zerschrocken. Die Schritte kamen. Hab ich mir überlegt. Zweiter AK genommen. Auf Auto gestellt. Schnell nachgeladen. Zack. Los ging's. Ich krieg noch eine SKS, alter. Ich glaube, ich nehme die SKS. Wir sollten schon weiter laufen. Ja, weil ich nehme die AK, weil er nachher auf die Nähe ist. Blöd. Ja. Lauf mal direkt in die Mitte vom Kreis, ok? Ja. Ich lasse das K98 hier. Ich nehme die SKS mit. Ist besser. Ja, was ist denn das für ein Auto, was der so pumpt? Das ist der Buggy. Okay. Der hier links oben draufsteht. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, was die Eilkuppe bei hatten. Vielleicht hatten die noch ein Muni bei. Verbände. Verbände mitnehmen. Was sind die abgeknallt? Beide hier? Ja, fünf. Ne, der andere ist auf der anderen Seite. Wie auf der anderen? Hier sind noch Muni für euch. 50 Schuss. Ja, ich brauche nur Verbände. Ähm, quasi... Wo war der andere? Warte, ich brauche da auch hin. Hier. Da ist er hingekrochen, oder? Ich bin da hingelaufen, der andere. Ah, Vierfachsucher hat dabei. Und Muni. Und eine M416. Ich habe keine Verbände, leck mich doch am Arsch. Auch keine Heilung, Alter. Ich habe noch zehn Verbände, die könnte ich droppen. Fünf. Oh, fünf reicht. Ich brauche nur drei Verbände. Ich habe zehn jetzt hingeschmissen, teilt euch. Ne, mach dann. Oh, das ist vor meinen Augen geschlackt. Soll ich teilen? Komm her, oder weißt du wie? Ja, mach mal schön. Jetzt noch eine M416 mit Muni. Liegt. Ich habe 400 Schuss, ich brauche nichts mehr. Ja, wir brauchen nur noch jetzt Mitte Kreislaufen. Ich bräuchte Stufe 2 Rucksack, weil als Ultra hat er eigentlich eine Stufe 2 Rucksack gerade noch. Wie, du hast da einen Stufe 1 Rucksack? Ja, Mann. Mir ist gerade aufgefallen, dass nichts mehr reinpasst. Ich warte hier auf dich. Oh, Verbände. Dann wird geschossen. Wir wollen oben auf die Bergspitze da, oder was? Ja, so in die Funkmastrichtung. Auf jeden Fall mehr in die Mitte, dass wir nicht so weit laufen müssen. Das Dumme ist halt, da können jetzt schon welche sein. Werden wahrscheinlich auch schon welche sein. Ganz kontrolliert. Ja. Und sorgfältig. Wie war die jetzt auch gerade abgezogen? Ja. Ich wette, die zwei haben nicht damit gerechnet, sage ich. Ähm, da soll sich jemand vollheilen, hm? Ja, ich trinke gleich mal einen Schluck. Also, äh, Naji gerade gefunden. Mal einen Pfeifen. Weil ein Rotpunkt über, oder so? Nee, ich habe überlegt dir das Holo, ein Holo damit zu nehmen, ey. Ich habe 4 Suche auf meiner Nahkampfverfahren. Nee. Auf der AK habe ich. Auf der AK habe ich nichts, auf der SKS habe ich auch da. Was? Eine und nichts. Dann gebe ich dir einen Rotpunkt von meiner, äh, Sniper. Schroflinter. Das wäre Killer. Ich hätte noch einen Rotpunkt, oder? Wollen wir noch? Abschuld, danke. Ja. Diese Schrotze rausgegeben wie sie, Alter. Einfach immer. Das ist teuer. Papa! Ja, aber so hat man immer was bei. Siehst du? Oh. Konnte ich was abgeben. Oben auf dem links liegt einer auf dem Berg. Was? Du wirst den schon sehen. Oben auf dem Berg wo? Ach, da ganz oben, oder was? Da hinten? Da, im Osten. Ich sehe keinen. Sag mal. Wollen wir da hin? Müssen nicht. Wir können auch hier bleiben. Ich wollte noch mehr. Ich... Also ich sehe da keinen liegen. Jetzt ist es abgehauen. Da war 100. Ich hab da auf ihn eingeschossen. Der war ganz oben. Warum? Ausgleich. Schließ dich. Wohin? Dann bleiben wir mal hier ein bisschen in Deckung. Richtung Küsse. 100 pro. Ja. Ja. Wusste ich. Aber wir sind noch drin. Na ja, nicht drin. Wir sind knapp nicht drin. Ja, das hat die extra Küsse laufen in die Richtung. Richtig. Würde ich auch meinen. Jeweils erster da sein und rausballern, statt reinballern. Ja. Kommst du rein, kannst du rausgucken. So, laufen wir mal hier in, denn vielleicht fängt ja das Netz hier ein paar Kugeln ab. Ja, alle. Ja. Nur wenn du schießt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen rechter Seite vom Berg hoch. Ja. Ich hab auch glaub' nur das Juckste aufgeguckt, ne? Auf dem Berg. Ach, lag da wirklich einer. Der Donner. Aber ich hab mich getroffen. Entweder ist da noch ein unsichtbarer Stein vor gewesen, oder keine Ahnung. Oder aus dem Boden geschossen. Ich hab' zweimal dahinter in die Antenne geballert. Zweimal in den Turm und der Riss ging eigentlich direkt mit. Das wär' mit der K98, wär da das nicht passiert. Wahrscheinlich, ja. Naja. Ja. Also ich frag mich echt, warum sie diese Büsche da reingebaut haben in das Spiel. Die auch schon wie Spieler. Ja man, die sind richtig rückig. Ja. Ja. Damit man das Gefühl hat, man sieht Spiele. Ja. Dass man überhaupt was sieht. Hinten bei uns läuft einer Nordwesten. Läuft aber jetzt den Berg hoch. Zwei. Zwei im Nordwesten. Wenn du dort saßt. Na, ich hab' die gespielt mit dem Achter. Ich seh' die nicht. Äh, Richtung 105, ne? Die Häuser. Wollen wir da erstmal hin? Die sind auch ins Auto eingestiegen. Die zwei Leute. Okay, dann sollten wir uns noch ein bisschen beeilen, falls wir jetzt da wirklich hinwollen. Ja, da. Beobachten wir sie mal, die Hundlinge. Komm' mal in unsere Richtung. Ja. 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 Ich hab' ein Kars aufs Auto gestellt. Aufballern? Wiß ich eigentlich. Versuch mal halt. Oh, das hat wehgetan. Kali, fahr nochmal. Ah, da hinten, ja. Aber das hat auf jeden Fall wehgetan, der Jump. Jetzt fahren sie nicht mehr. Nee, die sind ausgestiegen. Kannst du, hast du Schuss dich drauf? Naja, aber nicht getroffen. Wo sind die denn? Unterhalb oder oberhalb? Die sind unterhalb an der Küste. Ausgestiegen rumgelaufen. Welche Seite? Ihr habt keine Einsicht. Die sind unten an der Küste, am Strand. Sind die nach rechts weiter gefahren oder nach links zu dir? Die sind ausgestiegen rechts weiter Richtung Süden sind sie. Südwesten. Ah, das war doch meine Frage. Südwesten? Ja, in die Richtung sind sie jetzt weitergelaufen. Da, wo die Zone ist. Ja, das Auto sehe ich, ja. Schwimmen die da hinten? Ach, oder was soll das jetzt sein? Komischer schwarzer Fleck. Noch einer. Da werden wir mal wieder ganz grandios geschossen. Du bist einfach mal drauf gelacht. Ach, das sind wirklich Menschen. Wo? Im Wasser? Schwimmen sie in die Richtung Zone, oder? Und dann siehst du dich vielleicht besser. Für mich, ich. Ja. Drei Leute. Hey, ich sehe dich. Sag mal Gradzahl. Äh, 210. Aber du musst es von hier aus sehen. Die sind nämlich links im Wasser. Okay, ich kann es weg. Ähm. Nachlang. Einheit gehettet. Am besten wir bleiben weiter außerhalb. Nee, mal draufballern. Wir haben genug Schuss. Ah, weiter links. Dann sehe ich es nicht mehr. Die wollen auf jeden Fall hinten rum nach oben. Ja, aber da kommen die ja gar nicht mehr hoch, oder? Keine Ahnung. Ich mein, nee. Da kommen die nicht mehr hoch. Oh. Oh. Woher noch zurück ist? Oh, shit. Er braucht jemand. Ähm. 240. 240. Gesehen. Der ihn hab ich gedowned. Da laufen zwei Mann jetzt zu ihm rüber. Linker Baum. Vier Hits, Alter. Und der lebt noch. Noch ein? Naja, das war nicht. Doch, rechts oberhalb. Alter, die Scheiß. Steintreffer der Dauerhand. Der leckt mich doch am Arsch. Einer ist ausgemacht. Er hat einen ausgenockt. Treffer. Mann Treffer. Ja. Oh, ausgenockt. Ne. Ne. Jetzt ist er ausgenockt, jetzt ist er ausgenockt. Jetzt ist er tot. Einer ist aber nach vorne rechts gewesen, ne? Ja. Klemme. Ich dachte, dass wir schon ran. Habe einen. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Der eine, der vorne rechts langlaufen ist, auch? Also, ich hab da oben jetzt einen gekillt. Aber einer ist ja runtergelaufen. Ne, da kommt er rechts vorne hoch. Was heißt rechts vorne? Näher, rechte Seite runter. Gradzahl. Gradzahl. 330. Zu uns, oder was? Ja, ja. Der arbeitet sich da gerade den Berg hoch. Ich sehe nicht mehr. Kein Schussfeld. Keine Freisicht. Lass ihn kommen. Wir müssen weiter. Ja, lauf mal hier unten lang, komm. Ich muss mich erstmal kurz heilen, Alter. Ich geh hinter den Stein. Ja. Aus der Richtung kommen jetzt auch Schüsse. Ich hab keine Lust, dass der uns von hinten nochmal bumst, Alter. Ja, ich guck noch nach hinten. Weil ich hab nicht viel Sicht. Ich rück nach. Sind auch alle an der Küste vorne, ne? Von der Steine. Okay. Absichern. Lauf dir mal weiter. Ich schau nach hinten. Wer kommt jetzt? Gesehen. Alter, diese Steine ficken mich an, hä. Happen. Nice. Hier haben wir schön weggezogen. Schön gemacht, Jungs. So, da unten. Also, da hinten sind auf jeden Fall welche. Ja. Wir sollten vielleicht da unten an die Steine hin und schauen, dass wir dann da in die Zone reinkommen. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Ja, Alter, was denn wie denn? Wie geht denn das? Der ist nach rechts unten gelaufen. Happen. Ey, wie geht denn das, Alter? War da nur einer? Ja. Ich hab noch den einer gesehen. Aber der muss irgendwo noch ein zweiter sein. Der war gedowned. Wir müssen schauen, dass wir da irgendwie... Ja, oh, oh, oh. Ich hab nicht gesehen, von wo. Rechts, 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 rechts! Am Ufer. Na ja, was, Alter? Wie die letzten... Der eine hat mich grad wieder One-Shot gegeben. Ich verstehe. Wie weit soll man da noch runterlaufen? Aber vor dir war auch noch einer, Alter. Ja, den hab ich auch noch gesehen. Den wollte ich eigentlich gerade schießen, dachte der halt so. Ich hab drei. Ich hab vier. Ich hab auch drei. Zehner Runde. Aber du kriegst echt scheiß Punkte für sowas, ne? Ja, wirklich, Alter. Richtig mager. Wenn's euch gefallen hat, gebt uns einfach einen Daumen nach oben. Tipps, Tricks und ein freundliches Hallo gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach subscriben in diesem Sinn. Schönen Abend, eine grusame Nacht. Haut da rein. Den Daumen. Ich fühle dich auf einen coord正라고. Komm es בle doch mal. Macht es auf ein bisschen, stabilize mich realitos,